Am Montag versammelte sich das tibetische Exilparlament in Dharamsala in Nordindien. Anlass war der formelle Antrag des Dalai Lama, alle politischen Ämter abzugeben. Das geissige Oberhaupt Tibets hatte am Donnerstag seinen Rücktritt als politischer Führer angekündigt. Dieser Schritt wird betrachtet als Umformung der Exilregierung zu einem durchsetzungsfähigeren und demokratischeren Körper. Der Premierminister des tibetischen Exilparlaments sagte, die Parlamentarier werden über den Antrag des Dalai Lama am Dienstag genauer beraten. Heute denke ich, geht es vor allem um die Nachricht seiner Heiligkeit an das Parlament, betreffend seine Entäusserung von den politischen Verantwortlichkeiten. Die allgemeine Debatte wird vermutlich morgen beginnen. Es ist noch nicht klar, ob das Parlament das Rücktrittsgesuch des Dalai Lamas akzeptieren wird. Am Donnerstag warnte der Premierminister vor einem konstitutionellen Stillstand. Der Dalai Lama wird Tibets spiritueller Führer bleiben. Seit 1959 lebt er im Exil in der nordindischen Stadt Dharamsala. Und von hier aus wird er sich auch weiterhin für die Autonomie Tibets einsetzen. Analysten sagen, durch die Entäusserung seiner politischen Macht erschwere der 75-jährige Dalai Lama, dem chinesischen Regime auf die Unabhängigkeitsbewegung nach seinem Tod einzuwirken. Chinas Autokraten bestehen derweil darauf, dass die Wahl des nächsten Dalai Lama vom Regime gebilligt werden müsse. Einige Tibeter fürchten, eine reduzierte Rolle des charismatischen Dalai Lama, der im Jahr 1989 den Friedensnobelpreis gewonnen hat, könne die Unabhängigkeitsbewegung schwächen.